Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Sims 3. Hier ist auch wirklich keine Ruhe, muss man ganz ehrlich sagen. Ich wollte so friedlich anfangen, schon wird gemeckert mit dem Moritz, der hat irgendwie, keine Ahnung, wieder irgendwas zu meckern, weil Rentner immer was zu meckern haben. Dass zum Beispiel die Milch eigentlich für 1,09 Euro rübergehen soll und anstatt für 1,50 Euro. Keine Milch kostet 1,50 Euro, obwohl die Bärenmarke schon... Ja, auf jeden Fall, wollte ich so friedlich anfangen, so... Hallo und herzlich willkommen zu der besten Folge von The Sims 3, weil ich immer noch warte, bis es halt ein, ja, Anzeichen von Simon gibt. Also, dass Sharon das Kind wirft. Wir könnten sie mal besuchen, aber komischerweise ist die nie da. Die ist halt... Ich wollte sowieso mal zu denen nach Hause, aber irgendwie werden die sich nie blicken. Das Spiel muss sowieso erstmal hochladen hier. Äh, ich lade gerade im Hintergrund, ähm, Until Dawn runter, ne? Also, die Leute, die halt denn dieses hier schon sehen, haben einen kleinen Spoiler bekommen. Ich werde Until Dawn aufnehmen, aber fragt sich nur, wann. Das ist dann ja halt auch wieder so das Ding. Ähm, mal kicken, ne? So, okay. Du bist... Gehst raus und machst bitte nichts mit Tornado, bitte. Ich bitte dich, dass, äh, das Spiel bitte erstmal ankommen soll. Und, äh, wirst du mal hier was ist oder so? Hast du Wuppunger? Ne, aber ich weiß trotzdem mal was. Oh, es ist ja sowieso schon relativ dunkel. Dann würde ich halt sagen, dass ihr den Schlafen geht. So. Lizenne, was machst du? Okay, du gehst zu deinem Pferd, das ist schon mal gut. Streicheln. Ja, streicheln. Leckerchen geben und gut ist. Weil Tornado und ihr, da versteht ihr euch super. Bei dir ist es auch ein bisschen Ordnung, ne? Tochter. Finde ich süß. Ja, ich habe den Namen noch geändert, Mary. Ich weiß nicht, ob ich das schon letztens gesagt habe. Ich habe den Namen geändert. So, ich werde mal den Fernseher ausmachen. Macht nur wenig Strom hier. Okay. Dann mach ich das so. So. Einen Moment. Ich werde mal ganz kurz hier den Download abbrechen erst mal. Weil ich in Ruhe spielen möchte. So. Ah, schon viel besser. Sag dich. Und, oh, stimmt ja. Letzte Folge hatten wir ja ein, so wie gesagt, schönes Techtel-Mächte mit dem Matthew Hemming. Vielleicht können wir ihn ja jetzt fragen, ob wir über Nacht bleiben können. Kann ich denn jetzt mal nachbleiben? Ist das nur ein One-Night-Stand oder was? Mach mir ja keine Show, ne? Oh, Junge. Das war wirklich nur ein One-Night-Stand. Warte, wir müssen ihn mit nochmal so ein bisschen an den Nagel ziehen, weißt du, so. Komm mal ran hier. Du bist auf jeden Fall Single, aber wir müssen nochmal wissen, wie lange wir unterschiedlich sind jetzt hier. Und? Du bist auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall. Und? 19 Tage. Ja, wenigstens ja etwas, ne? Ähm. Kann ich hier übernachten? Ja, der muss trotzdem so machen. Ganz schön langweilig, ne? Oh, wollen wir mal riesengereiches Techtel-Mächte machen? Das wär doch mal was. Oh Gott. Denn noch ein Kind mit Sakura. Ich werd jetzt nicht drauf gucken, ob ich sie auf die Dings mache. Oh, aha. Oh, du musst noch was essen. Fühl ich ganz viel zu Hause, dann würd ich noch ein bisschen essen, ne? Ähm. Hat jemand einen Salat oder so? Irgendwas anderes, was ich vielleicht phrasen kann? Ja, wohl, ja. Hast du vielleicht irgendwas? Kann ich eine Blume essen? Dann muss ich gleich... Ah, hier. Scheußlich. Das ist toll. So, wartest du jetzt, bis er ins Bett geht, oder was? Na, mach dir mal, ne? So, bei euch ist auch ja alles in Ordnung, oder was? Ne, du lässt... Unbeliebt, ey. Oh Gott. Genau, setz dich mal hier hin. Geh mal schraufeln. Was denn? Oh Gott. You spin me right, 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 right. So, mit Matthew. Oh, auch noch Dusche. Oha. Okay, dann mach dir mal, ne? So. Jetzt werde ich gleich so Jingle. Oh Gott, ey. Ich hoffe, ich höre jetzt keinen Jingle. Sieht gut aus, aber sie juckt mich schon so in den Fingern, ob ich da sie gucken möchte. Ach, egal. So. Was machst du jetzt? Mag keine Kinder. Ja, aber das ist halt dein Kind, ne? Ich würde mal sagen, dass du mal jetzt in dein Bett gehst und schlafen tust. Und, seid ihr schon fertig? Ja. Geht ihr erst mal was essen? Ja, Energie haben wir. Oh, schon wieder. Ah, wie geil. Sie ist jetzt, sie ist ja schon glücklich, ja. Matthew Hemingin Schenk machen. Was haben wir hier noch so? Mary sprechen beibringen. Drinks genießen. Logikfähigkeit verbessern können wir machen. Friedhof besuchen. Aber jetzt? Weiß ich nicht. Ja, mach dir erst mal was zu essen, genau. So, und du mal, da müsstest du eigentlich schon längst ins Bett sein, ne? Ich hoffe, wir können jetzt mal, nächstes Mal ein bisschen, ähm, warte, kann ich ihn, oder kann ich ihr einen besseren Namen geben? Sa, Stinky. Stinky. Stinky nehmen, kann ich ihn nicht einen anderen Namen geben? naja egal so dann gehe ich jetzt ins bett geh mal ins bett wenn du ja schon zeit hast man geht es hier relativ gut auf dem boden nicht auf dem boden das wird jetzt gegessen das wird jetzt gegessen madame ich dachte jetzt kommt schon ein feuer oder bricht auf ich bin so glücklich ich bin so glücklich ich bin so glücklich ich habe gerade mit anderen geschlafen obwohl ich ja die ganze zeit gesagt habe dass mein männer halt da ist und so naja so wir können ja noch mit sakura mit unserer schwester verstehen wir uns wieder nicht was ist denn hier los ich muss wirklich kontakte knüpfen aber dann würde ich halt zu diesem slayer haushalt gehen aber jetzt ist wieder halt ein bisschen zu spät von der ok er würde ich sagen dass ich hier drauf schlafen die gleiche machen so er hat nur ein noch nicht mal hier keine ahnung gäste schlafzimmer weißt du richtig dreist dieser typ hier er braucht denn ein zweites wohnzimmer darunter könnte man eigentlich eine richtig geiles bett machen oder so nein naja so ich gucke jetzt immer noch ob ich da jetzt was sehe nein immer noch nicht die müssten doch jetzt irgendwann mal zu hause sein es kann doch nicht sein ja die sind da das spiel sozial ist hasse ich wo was mit dir was mit dir bewegung ja denn hier spring üben genau wir können ja auch mal versuchen mit lisende nachher ihm zu zu studen heißt das weiß ich jetzt nicht ich gucke mal ganz kurz pferd kaufen hengst als deck hengst anbieten pferde züchten pferd kaufen ja ein pferd reicht mir aber ich möchte auf jeden fall die pferdekunst so weit führen bis lisende halt gestorben ist sonst kann ich ja halt weiter nichts damit anführen also so ist es halt ja oder ihre tochter weitermachen Mary super madame willst du hier weitermachen oder kannst du da weitermachen warum bist du wach warum hängt das spiel oh dir geht es super aber geht trotzdem mal weiter schlafen ich möchte halt ich glaube diesen Vogel verkaufe ich wieder oh wer 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 von denen oh Simon wo wer macht hächtel mächtel wer macht hächtel mächtel hä wo 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 wer wer hat hächtel mächtel gemacht ähm okay du bist noch nicht tot hä war das hier gerade ähm 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 na du bist wieder wach ne ja okay dann würde ich sagen dass du dieses Bild jetzt mal verkaufst ähm ja das ist ja komisch das ist ja komisch und dann hast du gleich ein großes und dann hast du gleich ein großes wischbelein mal ja natürlich äh hier ja ehm ich bin es wieder Still leben mal. Ja, das ist unser Haus aus der Vogelperspektive. Ja, so. Gott. Oh, Mann, ey. Okay. Ich möchte jetzt wieder reingucken. Hier. Die muss doch jetzt irgendwie mal schwanger geworden sein. Kann doch nicht sein, dass jetzt hier... Oder Lisanne. Lisanne, du gehst jetzt mal zu diesem Brückerhaushalt. Das ist nicht der Brückerhaushalt. Mit wem denn? Oha. Eine Grippespritze bekommen. Können wir mal machen. Nee, wir gucken. Was? Henderson Brücker? Oh Gott. Sie sieht anders aus. Sie sieht schwanger aus. Sie sieht schwanger aus. Oh, Mann. Geh doch hin, Madame. Das ist jetzt keine Übung. Sharon würde sich ja nie blicken. Deswegen. Wir müssen da jetzt hin. Genau, richtig so. Aber komischerweise, dass du halt jetzt schon... ...den Dings aufschlägst, ist schon komisch. So, Kuka, du hast ja dein Auto da. Na, genau. Oh, halt, um aufzuregnen. Ich weiß, dass da halt dieses Wetter dafür ist, aber es nervt schon. Und es nervt, dass du das Fahrrad nimmst, dann schon das Auto. Oh. Was du vielleicht noch machen könntest, ist... ...schwinge Spiegel. So. Aber man muss auch gleich zur Schule. Boah, das wird ganz schön lange dauern, Madame. Ich werde mal ein bisschen verschwellern. Was? Warum mit Luke? Ach so, ja. Hallo. Oh Gott, nee. Was wird das jetzt? Was wird das jetzt? Was ist denn los? Warum bist du so deprimiert? Dann hör doch auf jetzt. So. Okay. Jetzt sehen wir, ob Sharon schwanger ist oder nicht. Ja, entweder auf oder an. Äh, oh. Ja, ja. Okay. Okay. Ich weiß, dass ihr da seid. Ja, sie ist schwanger. Ähm, warum unbeliebt? Nein. Aufmuntern und sonst irgendwas. Das fantastische Buc... Das stimmt ja. Sie ist ja traurig, weil Simon gestorben ist. Das fantastische Buc-Loben. Ich möchte mit ihr Freundschaft schließen, verdammt normal. Werbung für Getränke? Nein! Oh ja, sie ist schwanger. Das freut mich, dass wir doch noch Nachwuchs bekommen. Und das kommt denn zu uns? Nein. Doch, das kommt zu uns dann. Du bist unsichtbar. Ah, nee. Okay, du bist da. Was kommt jetzt? Sieh dir das an? Oh Gott, nein, Sakura, bitte nicht. Ich möchte reingucken, okay? Leute, jetzt juck mich in den Fingern. Warum hab ich reingeschaut? Wieso hab ich reingeschaut? Wieso hab ich reingeschaut? Ich hasse mich wirklich mal selber. Oh Gott, Sakura ist schon wieder schwanger. Kannst du vielleicht reingehen? Für dich ist der ganz gut, aber weiß ich nicht. Aber ich möchte mich mit dir noch unterhalten. Dann kannst du mal die Dinge weggehen. Also, Sharon ist schwanger. Was mich sehr, 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 sehr freut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und ich würde halt denken, dass du mal auch zum Rathaus gehst. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt schon gemacht haben. Nee, kann man noch nicht. Geh mal bitte zum Rathaus und wend dich mal selbstverständlich ein bisschen was maleren. Damit wir das auch schon mal durch haben. So Energie und den G eintreten und dann Knickerchen machen. Ja, Bekannte. Das soll denn auch so sein. Also, ich möchte halt nicht irgendwie schlechtreden hier. Na toll. Das wird uns nicht besser. Das geht immer. So, tschüss. Ich wollte nur wissen, ob du schwanger bist. Ciao, ciao. Bei Sakura genau das Gleiche. Du, Junge, wir kriegen zusammen ein Kind. Ich möchte dir nichts sagen, aber du stehst einfach nur so blöd in der Ecke rum. Und mich ärgert das jetzt gerade, dass ich geschaut habe. Also, es wird schon wieder angesprochen werden. Ich hoffe, nett. Oh Gott, bitte sei nett. Bitte sei nett. Bitte sei nett. Danke. Naja, okay. So, ich möchte jetzt mal ganz kurz das ist der Slayer? Nee, Star. Ich möchte jetzt mal gerne zu Blut. Weil. Genau, Restaurant. Bewerten. Und bei ihr genau das Gleiche. So, ich werde jetzt Akura begleiten, weil wahrscheinlich gibt es halt auch diesen Moritz-Faktor, dass man das nicht macht, was ich einen auftrage. Yes. So, du machst das, schmutzige Wände wechseln, das ist doch schon mal super, was du da machst. Ja, sie ist ein bisschen hier gebunden, ne? Und das ist halt immer so das Ding. Dann kannst du auch gleich bei dir ein Sprechen beibringen. Genau, das volle Programm möchte ich jetzt sehen. Und Laufen beibringen. Oh, du bist ja schon da. Ja, natürlich hat sie Oh, der ist ja schon hier unten. Yes. Geil. Wie? Schlaf, Dings. Nein. Obwohl. Ja. meintetwegen. Techtel-Mächtel? Warum Techtel-Mächtel? Oh Gott. Ey, wir hatten doch gerade eben 66666. Ah, okay. Das ist einfach auch Wingsgehen. Stell dir mal vor, in Sims 2 war es halt so, wenn man halt doppelt Techtel-Mächtel macht, dann wird man mit Zwillingen schwanger. Na, jetzt geht es nicht? Okay, tschüss. Ich warte noch. Ich warte noch. Hm, hm. Ja, das hat anscheinend nix gebracht. Äh, wo ist jetzt, wo ist sie? Wo ist Slayer? Wo ist denn der Slayer-Haushalt? Bitteschön. Ich warte noch nicht. Ich warte noch nicht. Ich warte noch nicht. Ich warte noch nicht. Vielen Dank.